So, herzlich willkommen und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Part zu New Super Mario Bros. You, ja, erneut ein neuer Part hier in den geilen New Super Mario Bros. You Abenteuer. So, wir sind jetzt hier am letzten Dings angekommen und Baby Yoshi war natürlich draußen davor, Lemmys Pendelfestung. So, die werden wir natürlich auf alle Fälle versuchen zu besiegen und gerade hat mich einer meiner Freunde angerufen, die machen gerade ein Videoshat. Ich werde dann gleich nachher noch dazukommen, deswegen, ich will jetzt noch diesen Part aufnehmen, wegen den Speichern sind wir diese Sache. Das ist immer so eine, so eine Sache. Und, ach du mieses, dummes Knopfdruck, wie du. Ich kann das jetzt kurz, ich muss das immer so annehmen. Jetzt darf ich mich kein Fehler passieren. Na toll, das war klar. Mir passiert ein Fehler. Aber, na gut. Das ist nämlich das Part 4. So, Lemmys Pendelfestung. So, jetzt haben wir einen Pilz, so, zack. Jetzt werde ich mich aber in den Knochen trocken nehmen. Äh, in den Knochen trocken, nämlich nicht da unten machen lassen. Oh, wartet mal, wie kommt man da hoch? Da kommt man bestimmt auch irgendwie hoch. Okay, Leute, also hier oben, merkt euch das mal, da ist bestimmt ein Secret. Aber wir haben erstmal die erste Starcoin. Also ist das immer schon nicht dafür gemacht. Aber irgendwas kommt mal da hoch. Das sind wir so und so. Ich glaube, da kommt man schneller wieder zum Ziel. Aber wir machen lieber die aufwändige Variante. Ich muss ja auf den unteren springen. Okay. Na gut, wir müssen nochmal abwarten jetzt. Hoffe, ich komme jetzt mit dem Schlechtwind nicht wieder zum Leben. So, jetzt erst. Okay. Ja. Oh, das ist natürlich super. Jetzt müssen wir nur noch hier runter. Oh, nö. Nö, nö, nö. Nö. Okay, wir müssen das Ganze nochmal machen. Wir müssen das Ganze noch einmal machen. Wir hatten gerade den Tanuki, damit wir dieses Starcoin bekommen. Und was passiert? Wir bekommen sie natürlich wieder nicht. Aber wir könnten das natürlich auch so machen. So, jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir nochmal neu. Oh, ne Idee. Genug Leben haben wir noch hoffentlich. Achte. Wir machen uns ohne Stern. Das bin ich ja schon am Anfang den Stern benutzen. Nö, das mache ich nicht. So, warte mal. Dann lass mal hier. Zack. Ach so, die Münze wurde nicht gezählt. Natürlich. Natürlich. Ah, mein, ich hätte ja klappen können. Mama mia. Fällt dir zu diesem Level ein Ausruf ein? Nicht jetzt. Danke. Jetzt aber nochmal, aber jetzt ohne irgend so was. Mann, 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 Mann. Jetzt lass mal die Starcoin dort, wo die Starcoin ist. Kannst ja eben dort blinkern, blinkern, blinkern. Und ich drück mich nur vor dir, weil du so blöde versteckt bist. Ah, ja. Ah, ja. Yes. Und da kommt ein Tanuki. Yes. Wir gehen nochmal zurück. Leute, das machen wir ja noch immer. Diesmal schaffen wir das. Tanuki ist immer geil. Ne, ah, ne, nicht Tanuki. Was klar war ich denn da? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Starcoin. Super, 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 super. Also das blieb noch gar nicht schwer. Aber ich werde auch für euch alle noch Donkey Kong Kongo wie Turns durchzocken. Na, komm, 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 komm. Das verspreche ich euch. Böse. Mensch, woher, wenn ich eigentlich mal hier das Level da, äh, Ende des Levels da. Boah, Alter, hier kommen sie jetzt raus hier, Alter. Okay, wir haben ihn. Jetzt Starcoin ist mir erstmal egal. Wir werden die immer nochmal irgendwann extra Pass machen. Vielleicht mache ich so eine Welt zu Ende und dann die Starcoins davon. Ach du Kacke. Bööö. Ich glaube, das ist der verrückte. Verrückte Bowserkind. Okay, rein in die Bowserkanone. Wo kommen wir jetzt hin? Bäm, vorhalb Headshot. Ah, okay. 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 So, nicht mit mir, komm her. Ja. Ja, 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 ja. Kann sie das so denken, ja? Nein, so nicht. Zack. Das lässt mir natürlich nicht gefallen. Mir ist immer noch Mario. Unser Tanuki, äh, unser... Wie nennt man den eigentlich jetzt? Ja, mach mal noch eine. Du Mieser. Ja, wir haben ihn noch gekillt, Leute. So. One. Das war knapp. Oh. So. Im Mie-Wurst posten, auf alle Fälle. So, jetzt werden wir erstmal im Mie-Wurst schnell was posten. Ja. Gut. Okay. So. Gut, ich hab natürlich wieder keinen Spoiler gepostet. Aber, manche wollen Spoiler, manche wollen nicht. Aber ich bin natürlich so fair, ich mach natürlich keinen Spoiler. So. Let's go, Leute. Es geht ab in die nächste Welt. Yeah. Und das Ding. Geh, Ding. Gibt den Geist auf. Yeah. Speichern, auf alle Fälle. Und Speichern beendet. Okay, Leute. Das war's dann erstmal von diesem Part. Warum das nur jetzt das war, könnt ich euch ganz einfach erzählen. Okay. Wir sind jetzt nochmal in der Sandkuchenwüste nochmal schnell jetzt hier. Und dann sehen wir schon den nächsten Zwischenboss. Und den nächsten Endboss. Den müssten wir auch schon sehen. Da ist er ja schon. Oh, das wird schon schwer. Aber gut, okay. Von daher verabschiede ich mich das erste Mal. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.